In diesem Video wollen wir einerseits gemeinsam ein paar Begriffe wiederholen und andererseits wollen wir eine Schreibweise für Potenzen mit ganzzähligen Exponenten kennenlernen. Als erstes schauen wir uns die Begriffe gemeinsam an. Das orange A nennen wir die Basis und das rosarote N nennen wir den Exponent. Das Ganze heißt dann die Potenz und wir sagen A hoch N. Also die Sprechweise lautet nochmal wie folgt. A hoch N, also Basis hoch Exponent. Kommen wir zu den Potenzen mit ganzzähligen Exponenten. Hier wollen wir uns ansehen, was passiert, wenn der Exponent eine negative ganze Zahl ist und wie wir die anders anschreiben können. A hoch Null ist ja eins, das haben wir im letzten Video kennengelernt. Und wenn wir auf A hoch Minus 1 kommen wollen, müssen wir jetzt durch A dividieren. Das haben wir auch schon im letzten Video gesehen. Somit haben wir jetzt A hoch Minus 1, nämlich indem wir A hoch Null durch A dividieren. Und das ist ja jetzt nichts anderes, als wenn wir den Wert von A hoch Null durch A dividieren. Also 1 dividiert durch A. Und A hat ja dann den Exponenten 1. Also haben wir 1 dividiert durch A hoch 1. Wir haben also gesehen, wir können einen negativen Exponenten positiv machen, indem wir den Kehrwert der Potenz verwenden. Das heißt, A hoch Minus 1 ist dasselbe wie der Kehrwert mit positiven Exponenten, also gleich 1 dividiert durch A hoch 1. Was passiert nun, wenn wir einen allgemeinen negativen Exponenten haben? Also überprüfe jetzt, wie du A hoch Minus N anders anschreiben könntest. Drücke dazu auf Pause. Sehen wir es uns gemeinsam an. A hoch Minus N können wir folgendermaßen anders anschreiben, nämlich indem wir 1 dividiert durch A hoch N schreiben, also wieder den Kehrwert nehmen und den Exponenten positiv machen. Und zum Abschluss des Videos habe ich noch ein kleines Rätsel für euch vorbereitet. Nämlich, wie kann man 1 dividiert durch A hoch Minus 3 anders anschreiben? Drücke am besten jetzt, dazu auf Pause. Sehen wir es uns wieder gemeinsam an. Also 1 dividiert durch A hoch Minus 3 ist folgendes. Wir können ja zunächst einmal A hoch Minus 3 wieder mit dem Kehrwert anschreiben. Also 1 dividiert durch 1 dividiert durch A hoch 3. Nun ergibt sich also ein Doppelbruch. 1 Entel dividiert durch 1 A hoch 3. Somit erhalten wir dann A hoch 3, da wir wieder außen mal außen dividiert durch innen mal innen rechnen müssen. Und wir haben dann A hoch 3 mal 1 dividiert durch 1 mal 1 und das ist dann A hoch 3. In diesem Video haben wir also gelernt, wie wir mit Potenzen arbeiten, die eine negative ganze Zahl als Exponent haben und ein paar Begriffe gemeinsam wiederholt. Ich hoffe ihr habt viel gelernt. Bis zum nächsten Video.